die grünfläche vernichtet natur muss ja nicht sein also kommen jetzt hier halbe blöcke hin damit so alles einheitlich aussieht wer braucht denn schon blumen wer braucht denn schon bienen alles nur eine belastung so okay lassen wir das mal so drinnen und mach mal hier das gleiche spiel ein bisschen fein säuberlich man klar mache ich die halbe natur kaputt aber was soll's ähm das mein kopf das ist mein kopf da darf man es ja weil sonst lohnt sich das bauen gar nicht wenn man nicht kaputt machen darf da auch perfekt dann ist das ja angepasst ähm vorbereitung der laternen steht wie sieht denn jetzt hier hinten aus hier muss auch noch laternen hin was heißt ach ja gottchen 1 2 3 4 5 so 3 4 5 da wird das einmal ein bisschen zugebaut auch was sollt ähm da machen wir hier kann man hier gleich an mit der hier 3 4 5 3 4 5 so hier 4 5 genau 3 4 5 da 3 4 4 5 und einmal hier um das heißt mal jetzt über diesen erstmal schon was drauf war war kann man machen war genau so ähm die straße ziemlich eng da braucht da reicht es wenn auf einer seite eine laterne ist dann müssen wir uns können wir uns dafür sparen vielleicht mache ich hier noch etwas als kleinen abstoß so 1 2 3 4 5 so ja genau ok dann war es das erstmal von der seite mit der vorbereitung ähm jetzt muss ich schauen habe ich noch irgendwo anders Lücken auf der Seite weil wie gesagt ich habe ja einiges gemacht das haben wir schon mal vorbereitet das Haus haben wir das Haus das sind ja die Unterwassergebäude die bleiben ja so wie sie sind die gehen ja direkt ins Wasser wie man hier sieht das Haus müssen wir noch verbinden oder haben wir schon verbunden und müssen wir es noch verbinden das haben wir schon verbunden aber noch keine Laterne dran 3 4 5 so so ok dann geht es auch hier wieder rüber gut hier an diesem Haus müssen natürlich auch noch Verfeinerungsarbeiten gemacht werden wie ihr seht ähm es ist nicht optimal aber es steht wieder Flughafen BER ähm ok dann haben wir hier die beleuchteten Sachen schon mal drin ähh als nächste Runde geht es dann quasi hier lang in die weit in die andere ganz andere Welt 3 4 5 so dann kann man gleich so ah ne lohnt sich ja gar nicht wenn wir jetzt hier noch eine andere Fackel hinsetzen ähm aber ab hier würde sich das lohnen genau ok merke ich mir ich werde jetzt noch mal eine Runde überschlafen und dann machen wir zumindest die Vorbereitung eventuell eventuell mache ich dann noch die Verfeinerung ich weiß es nicht ich will jetzt nur noch was schreiben und das Vorbereiten heute ist so eine Art Relax Tag so ein Entspannungstag hat meine Frau gesagt warum auch immer Wetter ist angenehm ähm ich werde definitiv nochmal rausgehen Action machen ähm Entspannung kann ich abends machen ok ähm so ähm so so 3 4 5 ok abzählen muss ich jetzt nicht bei jedem weil wir sind ja ja gerade in einer parallelen Welt genau dann jeder schon 3 4 5 das wäre ja dann die 6 dann geht das quasi hier rüber so 3 4 5 da lang ok das hat doch schon einiges an Strecke war ja ich dachte es wäre wie eine halbe ähm 2 3 4 5 das heißt hier ähm mal auf der Stufe kann ich jetzt ja wird zwar gehen aber schaut man jetzt sieht scheiße aus kann ich nicht machen 3 4 5 hier das wäre dann hier eine Seitenlaterne 3 4 5 ja so ich kann das ja so machen genau dann würde das dann quasi hier rüber gehen auch eine Seitenlaterne perfekt brauche ich nur von einer Seite erstmal abziehen und dann auf der anderen Seite perfekt nachziehen Zeitersparnis 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 da lang ok da 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 ja ja ähm ich muss hier natürlich hier rüber ach was ich will hier Schmied abziehen obwohl das eigentlich schon alles vorbereitet ist ja Mensch ich will mir die Arbeit wieder schwer machen ist das geil die Aussicht die Aussicht ist der Hammer die Aussicht ist der Hammer die Aussicht ist der Hammer ich baue hier wirklich eine wunderbare kleine Stadt so ok hier brauche ich das nicht weil hier ist eine Mauer 2 3 4 5 so auch hier da da ähm ich muss mich gerade konzentrieren da so das passt dann schon mal weil hier auf der anderen Seite muss ich glücklicherweise jetzt mal nicht ran muss noch von der vorderen Seite mal ran die hintere Seite ist gerade bedeckt passt mir schon mal ganz ne doch nicht bedeckt da muss ich auch noch mal ran und was raufstecken an Laternenfahnen oder Zaunfahnen wie man das immer nennt ok dann wo fängt es denn hier an wo bin ich denn hier wo ist denn hier wo fängt jetzt hier die Lücke ok dann machen wir das immer da heute will ich auch noch nicht gestern waren wir jetzt im Wildtierpark Kremmen war schön klein aber fein ähm und da sind wir mal spontan wir sind ja über Felden zurück und da war auf einmal spontan da eine Veranstaltung im Museum im Ofen und Keramikmuseum beginnt